Musik Mein Name ist Stefan Wildnis, ich bin der neue Bezirksungsbeamter der Stadt Bergneustadt und habe sofort für jeden Bürger dieser Stadt Ansprechpartner hier im Bürgerbüro des Rathaus. Erreichen kann man mich also grundsätzlich dienstags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 11 Uhr sind die Sprechzeiten hier bei uns im Bürgerbüro. Ich denke, am besten wäre es, wenn wir hier ein friedliches Zusammenleben schaffen in dieser Stadt, egal welcher Herkunft, welche Hautfarbe und welche Regionszugehörigkeit. Ich denke, wir müssen alle miteinander auskommen und ich denke, das werden wir auch ganz gut hinbekommen hier in der Stadt. Ab dem 1. September 2017 bin ich jetzt hier der neue Bezirksungsbeamte und mit dem Kollegen Reinhard Otto hier im Dienst.